...Vitalis aus der Florie vom Floris Count, Santino und Dervisch. Christa und Ludger Welling aus Wiedmarschen, das sind die Züchter und Aussteller, das ist Thomas Berger aus Hambüren. Dieser Hengst 1,69 Meter groß, das Stockmaß 1,69 Meter. Und dieser Hengst trägt Extensions, hier ist Kellogg Nummer 100, und der Stirling stands at 16.2 und a half, not for Stirling. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da ist er, die 100, vom Vitalis Floris Count, Santino und Dervisch. Christa und Ludger Welling aus Wiedmarschen sind die stolzen Züchter. Thomas Berger aus Hambüren hat ihn zur Körung gebracht und Landstabmeister Dr. Axel Brockmann wird ihn mitnehmen nach Hadeleinsdorf. Der Vorsitzende des Verbandes überreicht den Züchtern den Futtermittelgutschein der Firma Eggersmann. Das Hannoveraner Holzbrandzeichen und Ulrike Struck hat dabei die bronzene Medaille der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Thomas Berger bekommt ein Set Transportgamaschen der Firma Böckmann Fahrzeugwerke GmbH sowie ein hochwertiges Gobelin-Kissen mit Pferdemotiv vom Hannoveraner-Motiv gegeben von der Kreissparkasse Pferden. Tja, was für ein Hengst, die Nummer 100, Vitalis Floris Count. Als erstes fällt einem Elastizität ein und es hört nicht auf. Eleganz gepaart mit Elastizität, dieser Fuchs Hengst präsentiert sich in nahezu perfektem Zuschnitt. Die Bewegungen mit viel Federkraft und Gummi ausgestattet, zeigt er schon jetzt sein großes Talent für die Versammlung. Bewegung in Perfektion. Eleganz paired with Elastizität, this chestnut stallion presents himself in an almost perfect confirmation. Moving with a lot of suspension and elasticity, he already shows his great talent for collected work movement in perfection. Mir geht das Herz auf bei diesem Hengst. Ich hoffe, er kriegt zwei Runden der Ehre. Auf diese Ehrenrunde, da schicken wir ihn jetzt. Und ich hoffe, dass wir ihn so feiern, wie er es verdient hat. Und ich hoffe, dass wir ihn so feiern, wie er es verdient hat. Und ich habe ihn so feiern, wie er es verdient hat. Und ich hoffe, er würde защitigen es für den Hengst. Und ich hoffe, erhell das Zining sind heig, ihr euch vermiett habt. Können wir sa es jetzt so feiern, wie es wirOSE neues Instraters Essig ist geintegnbar. Applaus Die 100 vom Vitales ergehen in unser Landgestüt.